Wie ein Dinosaurier, der ins Mauerwerk beißt, greift ein Spezialbagger in den alten Schlauchturm der Feuerwehr in Hannbünden. Eine Sanierung hätte sich nicht mehr gelohnt, zumal der Turm schon lange nicht mehr zum Schläuchetrocknen benutzt wird. Kranführer Uwe Kaufmann muss vorsichtig arbeiten, denn schließlich sollen weder das daneben stehende Feuerwehrhaus noch der Bahndamm beschädigt werden. Der obere Teil des Turms und einige Gefache waren bereits per Hand abgetragen worden. Die kommunalen Dienste Hannbünden haben mit dem Abbruch die Fachfirma SRG aus Sondershausen beauftragt. Um den Hofbelag zu schonen, fährt der Bagger auf einem Polster aus alten Autoreifen. Vier Wochen werden die Abbrucharbeiten noch dauern. Der Turm diente zuletzt nur noch für Abseilübungen der Feuerwehrleute. Die Schläuche werden schon längst viel eleganter getrocknet. Gut 700 Schläuche müssen in Ordnung gehalten werden. Dafür hat die Feuerwehr in Hannbünden eine Schlauchtrocknungsanlage. Hier kommt der dreckige Schlauch rein. Einmal waschen und föhnen bitte. Und am Ende kommt er sauber wieder raus. Ja! Untertitelung des ZDF, 2020